Wo? Daum. Ah! Fick dich! Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Brick Force mit Mago LP. Jo, wir spielen wieder auf Skybridge. Ähm, also im gegnerischen Team ist der FGH, FGH ein guter Freund von mir. Ein sehr guter Freund von mir. Nicht nur ein sehr guter Freund, sondern auch ein sehr guter Freund, äh, sehr guter Spieler in diesem Spiel. Verdammt guter. Level 64 und bei mir ist einfach einer, den ich nicht kenne. Und der FGH, FGH schießt mich schon wieder an. Wo ist denn der, wo ist denn der, wo ist der? Spacko. Ah, ich kann ihn irgendwie gerade mobben. Er ist nicht bei mir. Wo? Daum. Ah! Fick dich! Falls du das hörst, steck den... Ah, ich sag lieber nicht. Nein, der ist einfach zu gut. Alter, kann der nichts machen, der Wort... Der... Uixers. Der Uixers. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Briss einfach eine Granate. Oh, hab ich dich ge... Oh, nein! Warum? Warum? Ah, Mann. Das ist nicht gut für meine KD. Das weiß der gute Herr aber auch. Weck dich. Weck dich. Wo ist denn der? Ich kann dem nichts... Ich kann den einfach nichts anhaben, ohne... Eine Granate ihm in die Fresse zu werfen. Und ich fliege natürlich wieder hoch. Typisch Makko. Alter, mit was für einer Waffe spielt denn der? Wahrscheinlich mit der Mongo-Noob-Waffe. Ja, eben. Mit der... Nein, das war sogar der eine da. Da haben wir ihn ja. Fick dich. Ha! Ich habe ihn, glaube ich. Da habe ich. Mann. Mann. Oh, Mann. Wie lange geht... Oh, mein Gott. Noch sechs Minuten. Ich glaube, ich sollte eher... Hier mich ein bisschen so verstecken. Und hier einfach den... Anderen jagen. Komm! Fick dich! Ha! Ha! Ich kann ihn beleidigen. Er sitzt nicht neben mir. Oder irgendwie so. Oder kann mich hören. Riss einfach nicht. Mann. Komm schon. Das gibt es einfach nicht. Hau mir vom... Kommt ein Lachflash und stirbt daran. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Da kann ich der... Ich der Shooter Pro was mir ausrichten. Der... Komm schon. Ein Kitten. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Das gibt es einfach nicht. Was ist das für... FGH, FGH. Und... Ich habe ihn doch... Komm schon. 0, 0, 12... Alter, das gibt es nicht. 0, 0, 12. Das ist so erbärmlich. Da ist... Da ist das... Na... Erbärmlich. Erbärmlich. So. Jetzt wollen wir hier mal unseren Skill aus. Und versuchen den FGH, FGH aus dem Weg zu gehen. So wie hier jetzt. Wie man sieht, wir jagen einen anderen. Aber der kennt uns. Das gibt es doch gar nicht. Das THP, den kenne ich gar nicht. Will ich auch nicht irgendwie kennen. Und... Oh mein Gott. Hoffentlich schaut der FGH, FGH dieses scheiß Video nicht an. Oh. Oh mein Gott. In die Ecke glitschen. Wo? Den hätten wir. Einen Kill wenigstens. Einen Kill. Das gibt es doch gar nicht. Das gibt es einfach nicht. Ich bin Zweiter sogar. Wow. Mit 1, 1, 14. Jetzt schieße ich schon auf meine eigenen Leute. Wo haben wir ihn? Wahrscheinlich hocken die da oben irgendwo. Da vorne, nein. Da vorne ist auch da vorne haben wir den. FGH, FGH. Wo ist der FGH, FGH? FGH, wo bist du, du Lutscher? Deine Mutter, FGH. Deine Mutter. Ja. Fick dich. Mann. Jetzt verhe ich dir mal eine Granate in die Fresse, du. Dann hast du doch dann so eine Granate mit Smiley. Ist ja lustig. Was hat der FGH? Der FGH natürlich 18, 1, 2. Warum bist du nur zweimal gestorben? Nur zweimal. Ja, ja. Das ist für ihn schon viel. Der regt sich dann immer so auf, wenn er zweimal nur stirbt. Aber der mit seinen komischen Smiley-Granaten. Da geht er mich schon auf den Sack ein bisschen. Jetzt haben wir ihn angeschossen. Hoffentlich. Fick dich, FGH. Fick dich. Schon wieder, FGH. Jetzt ist er gestorben. Ha, ha, ha. Ha, ha, FGH. Oh mein Gott. Da ist der FGH. Stell dir weg, FGH kommt. FGH, wie kommt der eigentlich auf der FGH, Mann? Würde ich ja nicht mehr drauf kommen. Liegt der FGH? Nein, liegt nicht. Und der FGH? Fick dich, FGH. Oh mein Gott. Scheiße. Alter, wir sind so schlecht, wisst ihr das? 1,5,16. Das gibt's doch gar nicht. Hoffentlich haben wir einmal den FGH so richtig in den Arsch gefickt. Hoffentlich. Ja, das ist grad schön. Alter, aber hier sind auch nur gute Leute. Leute, ich meine wirklich gute, ich bin ja nicht so der Pro-Gamer in diesem Game, zumindest mal sonst schon. Aber ja, who cares, who cares? Nein, lag ich meinen Muschi einfach. Nur du Sack. Wir haben ihn noch gekippt. Wir haben ihn noch gekippt. Komm. Mr. Mr. Da oben. FGH? Nee? Seine Mutter. Neid nichts wieder seine behinderten Granaten. Oh, das blendet irgendwie. Oh. Darf gar nicht. Alter. Was zum. Boah. Was ist das für eine Granate, Alter? Und was spielt der FGH jetzt eigentlich? Schau mir mal. Nein, nicht mit der FAMAS. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir sind alle tot. So, fick dich. Jo. Logo. Logo. Oh. No problem. No problem. No problem. Na. Alter. FGH. Nein. 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 Puh. Warum kann man hier nicht so schön springen? Äh. FGH. FGH. Na ja. Komm schon. Lol mal lol. Lol mal lol. Nice. Der FGH. Oh. Logo. 31. 6. Mann. Ah. Bist der Nobody. Ist auch so nobody, du. Los. Logos. Ja, 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 Logo. Und dann sag ich nur noch scheiß Map, scheiß Spiel, scheiß FGH, FGH und ciao.